Lass uns doch mal direkt tiefer einsteigen. Was sind so die wirklich Fehler, wo du sagst, es ist eigentlich immer wieder dasselbe? So ein ganz prägnanter Fehler im Maklervertrag. Also das rechte Eingriff. Herzlich willkommen zur nächsten Emolution-Podcast-Folge. Heute mit einem spannenden Gast, nämlich der Rechtsanwältin Claudia Beckschäfer. Und die wird sich jetzt gleich vorstellen. Und wir haben ein sehr spannendes Thema, nämlich den Maklervertrag und die größten Fehler, die man da so machen kann als Immobilienmakler. Und da werden mit Sicherheit die ein oder anderen spannende Erkenntnisse bei rauskommen heute. Also seid gespannt und viel Spaß bei unserem Podcast. Liebe Claudia, sei herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ja, danke für die Einladung. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und wo arbeitest du? Ja, ich bin Claudia Beckschäfer. Ich habe 15 Jahre lang in Köln gearbeitet und jetzt arbeite ich seit zwei Jahren in Düsseldorf. Ich bin immer schon selbstständig gewesen, habe also meine Kanzlei schwerpunktmäßig nach Düsseldorf verlagert. Und bin aber auch noch immer sehr gerne in Köln tätig, wenn auch mittlerweile gerne nur noch als Gast. Lass uns doch mal direkt die Tiefe einsteigen. Also Maklervertrag, größte Fehler. Du hast ja, wir kennen uns ja schon einige Jahre. Auch 15. Genau, auch 15 Jahre. Wir haben ja auch da schon ein paar Dinge erlebt. Was ist denn aus deiner Sicht, oder ich frage mal ganz konkret, was ist denn so ein ganz prägnanter Fehler im Maklervertrag? Ein prägnanter Fehler ist zum Beispiel nicht die Höhe der Provision zu vereinbaren, vielleicht, wobei man dann halt eben auch die ortsübliche abstellen kann. Weiterer prägnanter Fehler ist vielleicht nicht auf die Doppelmakler-Tätigkeit hinzuweisen für den Fall. Genau, lass mal da mal direkt bleiben. Also für mich wäre es jetzt eine totale Normalität, die Höhe der Maklerprovision zu fixieren. Seit dem neuen Gesetz, 23.12.2020, ist es ja eh letztendlich klar, Verkäufer, Verkäufer müssen bezahlen oder nur der Verkäufer. Das wäre ja auch noch eine Regelungsmöglichkeit. Aber gibt es das tatsächlich, dass du wirklich Sachen erlebst, wo Höhe nicht vereinbart ist? Ja, es gibt, also dann gibt es auch im Großen und Ganzen meistens keinen schriftlichen Vertrag. Das ist dann nach dem Motto, du schulden Provision. Letzten Endes, ich verbittele dir, also ich habe dir das nachgewiesen. Wobei dann auch schon wieder fraglich ist, was eigentlich unter dem Begriff Nachweis so fällt. Weil nicht alles, was Nachweis sich nennt, ist auch ein Nachweis. Nachweis hat auch qualifizierte Anforderungen. Und deswegen, wenn es keine, aber das hilft einem ja wieder die Rechtsprechung. Wenn es keine fixierte Höhe gibt, dann gibt es ortsübliche. Die ist natürlich auch von Region zu Region unterschiedliche und dann wird die halt zugrunde gelegt. Aber auch nur, wenn die übrigen Voraussetzungen stimmen, halt eben, dass ein Objekt entsprechend nachgewiesen worden ist. Und die Maklerleistung kausal war für den Verkauf oder Kauf des Objektes. Okay, um das mal so ein bisschen in Maklersprache zu übersetzen. Ich mache einen Maklervertrag und am Ende kommt es dazu, dass der Verkäufer nicht mehr will. Ja, also ich habe einen Käufer, einen Tag vorm Kaufvertragstermin sagt der Verkäufer, ich will nicht. Dann habe ich doch den Nachweis gebracht. So, jetzt nur mal als Beispiel. Ich habe ja den Nachweis gebracht. Guck mal, ich habe einen Käufer hier, der hat eine Reservierung unterschrieben. Und der will auch zum Kaufvertrag erscheinen und du sagst jetzt mir einen Tag vorher ab. Habe ich einen Provisionsanspruch oder nicht? Nein. Okay, warum? Weil es nicht zum Verkauf gekommen ist. Also der Erfolg ist nicht eingetreten. Maklerprovisionen sind erfolgsabhängig und Erfolg ist halt eben, dass es zu einem Kaufvertrag kommt. Wenn es nicht zu einem Kaufvertrag kommt aus Verschulden, also aus, sagen wir mal, Willkür des Käufers oder Verkäufers, dann hat man möglicherweise einen Aufwandsanspruch. Aber auch nur, wenn man den vorher halt eben definiert hat, also auch vereinbart hat. Man muss eben nicht nur dem Grunde nach vereinbaren, dass jemand einen Aufwand schuldet für den Fall, dass er einen Tag vorher abspringt, sondern auch, was da drin enthalten ist. Also welche Position, Fahrtkosten pro Kilometergeld, dies und das und jenes, Papierkosten, Besichtigungstermine, Pauschale, natürlich auch nicht mehr als irgendwie ein Hochschulprofessor, sondern halt eben, was weiß ich, 55 Euro oder sowas. Also keine 500 Euro die Stunde oder sowas. Genau. Und sie müssen vor allen Dingen vereinbart sein. Man kann sich nicht nachher hinsetzen und in so einer Art Sanktionscharakter das jetzt mal alles zusammenschreiben und sagen so und am besten dann eine Rechnung präsentieren, die noch höher ist, als die Provisionsrechnung gewesen wäre oder sowas. Okay, aber dann sind wir doch jetzt automatisch schon, wenn jetzt dieser Fall eintritt, sind wir doch automatisch schon bei dem Thema Aufwandsentschädigung. Wenn der Verkäufer oder der Käufer vom Vertrag Abstand nimmt. Genau. Also das heißt, wenn ich es vorher ja vereinbare. Wenn ich es vorher vereinbart habe, dann kann ich mir überlegen, was kann ich geltend machen. Okay. Also grundsätzlich ist ja so, ich sag mal, eine solide Vereinbarung sieht ja auch vor, hey, lieber Verkäufer, lass uns auch mal darüber sprechen, warum auch immer und wodurch auch immer bedingt, es ist die mögliche Option, dass du nachher doch nicht verkaufen willst. Dann habe ich aber meine Arbeit gemacht als Makler. Ja, finde das natürlich nicht so sexy, wenn du dann sagst auf einmal, ich will nicht. Das würde ich gern mit dir regeln. Wie mache ich denn das? Ja, wie gesagt, man muss für diesen Fall, das steht ja auch in § 62 BGB, dann halt eben sich überlegen, welche Positionen will ich auf dich umlegen. Und diese müssen konkretisiert werden, plus Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer müssen dort auch stehen. Und sie dürfen auch im Endeffekt, darf man nicht einen Betrag erreichen, der die Provision erreicht oder auch nur die Hälfte der Provision erreicht, weil das einen Druck ausübt auf jemanden, also die Entscheidungsfreiheit letzten Endes beeinflusst. Oh Gott, wenn ich jetzt für einen Vertrag zurücktrete, muss ich genauso viel Provision bezahlen, als hätte ich den Vertrag jetzt abgeschlossen, habe aber nichts davon. Also es darf also keinen wirtschaftlichen Zwang erzeugen. Da ist die Rechtsprechung, was es jetzt erreichen darf, der Höhe nach auch ein bisschen unterschiedlich. Okay, zwei Möglichkeiten, die ich jetzt sehe. Erste Möglichkeit ist, ich sage, ey, ich weise dir das alles nach, halte das auch sauber nach. Also ich würde jetzt aber mal meinetwegen sagen, okay, eine Besichtigung kostet 55 Euro pro Interessent und bla bla bla. Also ich weise das alles nach, wie eine Art Leistungskatalog sozusagen. Wie ein Fadenbuch. Und weise das wie ein Fadenbuch nach, das natürlich in der Regel für viele Makler sehr anstrengend ist. Ja. Und vor allem das dann nachher nochmal zu belegen. Was habe ich für eine Alternative oder was hätte ich für eine Alternative? Kann ich eine Pauschale vereinbaren? Naja. Oder wie ist das in der AGB, wenn ich jetzt in der… Eigentlich nicht. Also Pauschalen sind da halt eben auch sehr schwierig, vor allen Dingen, weil sie meistens der Höhe nach übersetzt sind. Also wenn ich eine Pauschale vereinbaren würde, dann tatsächlich nur eine, die das Zulässige der prozentualen Höhe erreicht. Welche das ist, muss man immer im Einzelfall sich vorher vielleicht sagen lassen. Also es kommt auch sehr stark auf die Region an. Aber wenn ich jetzt sage, 10 Prozent der Provision, der Maklerprovision, hältst du das für streitbar oder eher für realistisch? Ja. Aber prinzipiell ist pauschal natürlich auch immer ein schwieriges Thema in AGB-Regelungen. Okay, AGB-Regelungen. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, besondere Vereinbarungen, handschriftlich. Handschriftlich und mit Blut signiert. Das Problem ist ganz einfach nur, wenn man diese handschriftlichen, mit Blut signierten Vereinbarungen mehr als einmal verwendet, ist es schon eine AGB. Oder wenn man es mit dem Absicht aufsetzt, es mehrfach verwenden zu wollen, ist es auch schon eine AGB. Das nützt einem dann auch nichts mehr. Da müsste man sich die Mühe machen, tatsächlich jedes einzelne individuelle Vertragswerk so dermaßen exotisch anders klingen zu lassen, dass es niemals wieder auf denselben Grund zurückzuführen ist, was aber schwer ist, weil man will ja Geld von jemandem. Darum geht es ja. Okay, also ist es schlau, wirklich professionell zu arbeiten und eine Art Preiskatalog zu haben und den auch zum Beispiel an den Auftrag anzuhängen und zu sagen, hier pass auf, das kostet das, das kostet das, das kostet das. Für den Fall, dass der Vertrag nicht zustande gekommen ist und maximal in Höhe von. Das ist ja in der Art wie bei einem Mietvertrag die Bagatellklausel oder sowas. Genau. Mehr darf es aber nicht werden. Genau. Okay, super. Dann haben wir das schon mal. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein wertvoller Tipp. Super, vielen Dank dafür. Jetzt haben wir, es gibt ja diese sogenannte Verweisungsklausel. Das ist ja immer so ein geflügeltes Wort. Können wir einmal kurz definieren, was ist das überhaupt? Was ist eine Verweisungsklausel? Eine Verweisungsklausel ist also, wenn ein Interessent an den Kunden rantritt, dass er den Kunden weiter verweisen muss an den Makler. Und andersrum halt eben auch hinzuziehen muss den Makler. Also das geht in beide Richtungen. Und diese Hinzuziehungs- und Verweisungsklauseln sind ähnlich problematisch wie Reservierungsvereinbarungen und sonstige Klauseln. Die sind halt eben als AGB nicht wirksam gegenüber einem Kunden. Also allgemeine Geschäftsbedingungen ist da nicht möglich. Man kann nicht einfach stillschweigend in seinen Vertrag reinschreiben. Du hast aber jeden an mich zu verweisen und mich überall hinzuzuziehen, wo es darum geht, dein Objekt zu verkaufen. Weil was soll daraus resultieren? Ein Schadensersatzanspruch in Höhe der Provision? Problematisch, weil das wirkt auch wieder einen wirtschaftlichen Druck auf den Verkäufer aus und ist insofern dann natürlich wieder leicht unwirksam. Okay, aber der Verkäufer, ich frage jetzt mal ganz kritisch nach, aber der Verkäufer macht doch einen qualifizierten Alleinauftrag mit mir als Makler. Also ist ihm doch klar, weil qualifiziert, Alleinauftrag, also exklusiv mich und keinen anderen. Also für die Zeit hat er nur mich zu lieben, so ungefähr. Das funktioniert noch nicht mal in der Ehe, wollte ich gerade sagen. Genau, aber jetzt Spaß beiseite. Aber das ist doch mal das, was der Makler denkt. Was ist der Makler denkt? Der Makler ist Unternehmer und wenn er es wie in der Regel natürlich mit dem Verbraucher zu tun hat, ist halt eben gegenüber dem Verbraucher, Verbraucherschutz steht über alles, fast noch über Klimaschutz, dann ist es halt unwirksam. Das geht ganz schnell. Okay, also auch wieder besondere Vereinbarungen. Wenn ich die aber jetzt, sagen wir mal, handschriftlich mache und ich mache die jetzt zweimal wieder ähnlich, stehe ich doch wieder in dem gleichen Spiel wie gerade. Also ich muss es auch immer wieder anders formulieren, neu erfinden, vielleicht noch mal ein paar Wörter durchstreichen, wieder neu. Oder den vom Kunden schreiben lassen in seinen eigenen Worten. Oder vom Kunden schreiben lassen in seinen eigenen Worten. Also das ist State of the Art. Keine andere Chance. Muss sein. Wenn man das vernünftig machen will. Ja. Also nur damit wir da klar sind. Weil die meisten denken ja oder viele denken ja immer, ja, für ihnen gilt das nicht. Das sind berühmte letzte Gedanken vor Gericht. Also das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen ist halt eben ein weites, was das Ganze angeht. Es gilt halt der Grundsatz der Vertragsfreiheit und mit so einem qualifizierten Makler- und Alleinauftrag begibt man sich ja einer Vertragsfreiheit im ganz großen Sinne. Ja. Und es, was, wenn, dann bindet man sich ein halbes Jahr oder wie lange soll das gehen? Ein Jahr an eine Person, die man nach einem Tag halt eben nicht mehr liebt. Während der Ehe kann man wenigstens eine Blitzscheidung in irgendeiner Form einreichen lassen oder annullieren oder man war geschäftsunfähig, ja. Aber da, ich war betrunken bei Abschluss des Maklervertrags, okay. Ja, genau. Im Vollrausch. Ja, ja. Also Verweisungsklausel eigentlich genau dasselbe. Ja. So, jetzt aber nochmal zur Höhe. Also nehmen wir jetzt mal an, ich habe alles sauber gemacht, ich habe das den Kunden schreiben lassen mit seinen eigenen Worten. Er macht es jetzt doch nicht an mich verweisen und er verkauft jetzt an einen Interessent, der sozusagen auf der Basis meiner Werbung, meiner exorbitant coolen Werbung, die ich gemacht habe, ja, meinten dann Einkaufinteressent auch, ich klingel mal abends um 19 Uhr am Donnerstagabend bei dem Zuhause und sage, ah, und ich habe gesehen, sie wollen verkaufen und der Makler war nicht erreichbar, der böse, böse Makler, ja. Und können sie mich denn nicht reinlassen? So, und der wird jetzt vielleicht weich, sagen wir das mal, das würde jetzt passieren. Was ist denn dann? Dann, wenn das alles wirksam gelaufen ist, dann hast du am Ende einen Schadensersatzanspruch. Und wie hoch wird der Schadensersatzanspruch wohl sein können? In Höhe der Provision, genau. Ja, abzüglich ersparter Aufwendung. Ersparte. Ja, ersparter Aufwendung. Also wenn du üblicherweise nach deiner Tätigkeit, die dann abgebrochen worden ist, weil sich nicht an die Verabredung gehalten worden ist, dich hinzuzuziehen, du dann aufhörst, ab der Stelle kannst du dir eine ersparte Aufwendung entgegenrechnen lassen. Beispielsweise, du hattest nur einen Besichtigungstermin. Üblicherweise bei einem solchen Objekt sind zehn Besichtigungstermine. Kannst du dir neunmal 55 Euro entgegenhalten. Das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Aber das grundsätzlich natürlich nur in Höhe der Maklerprovision. Wobei natürlich das Thema Maklerprovision und versus Entschädigungsleistungen jetzt zum Beispiel für eine Besichtigung eigentlich auch ein bisschen Nonsens ist, weil der Makler schuldet ja eigentlich keine einzelerbrachte Leistung. Sondern er schuldet ja das Ergebnis am Ende des Tages. Wie ist denn das? Wie ist das was? Also das Ergebnis, ja, weil wenn er jetzt sagt, also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein System, ja, wie wir haben ja ein sehr schlaues Verkaufssystem für unsere Kunden. Und was ja auch das Ganze reduziert auf wenige Besichtigung. Ja, das ist auch entspannter ist für den Verkäufer. Weißt du, was ich meine? Was ist dann mit Kosten, also sprich die Gegend, die man sich gegengerechnen lassen muss? Das kann sein, dass es gar keine vorhanden sind. Ich sage nur, das ist vom Grundsatz her, dass man sich halt eben nicht in voller Höhe, wenn jemand sich vertragswidrig verhält, dann in voller Höhe einen Schadensersatzanspruch gelten machen lassen kann. Sondern, dass man sich erspart der Aufwendung halt eben grundsätzlich entgegenhalten lassen muss, was das im Einzelfall ist. Das ist wie immer, muss man prüfen. Ja, ja, okay, verstehe. Dann haben wir noch das Thema oder die generelle Frage, was sind denn so die Sachen, die dir auffallen? Was sind so die wirklich Fehler, wo du sagst, das ist eigentlich immer wieder dasselbe? Das ist halt so ein Thema bei Maklerverträgen oder auch Einstellungen, Sichtweisen der Makler oder versus auch der Verkäufer. Warum? Also ich denke häufig wird eine Provision nicht bezahlt zum Beispiel. Was kommt dir da so in der Praxis an Fällen unter, wo du vielleicht manchmal auch so ein bisschen schmunzeln musst und das hätte man jetzt auch irgendwie anders lösen können? Also, wenn man einen sauberen Vertrag hat, dann beschränkt sich die Gegenseite eigentlich in der Regel darauf zu sagen, der Makler Provisionsanspruch wäre verwirkt, weil der Makler hat sich gar nicht richtig verhalten. Beispielsweise, er hat mir nicht gesagt, dass es ein höheres Angebot gab. Das höhere Angebot habe ich dann zufälligerweise erfahren von dieser Person und habe dann den Vertrag geschlossen. Er hat gesagt, er hat mir nicht weitergegeben, eine E-Mail des Verkäufers, dass das, wann das Dach, das als neuwertig ausgewiesen war, wirklich saniert worden ist. Das ist schon 20 Jahre her. Ich ging davon aus, dass es maximal fünf. Also irgendwelche Obliegenheitspflichten und so weiter. Transparenz, Transparenzgeschichte. Man glaubt ja auch nicht, dass irgendeine, so eine belanglose E-Mail, die irgendwann mal von irgendeiner Person geschrieben wird, dann plötzlich eine Relevanz, also Füße entwickelt und einem plötzlich entgegengehalten wird. Also es wird dann alles versucht, gegenein zu verwenden. Und ich kann eigentlich nur letzten Endes auch immer raten, dass der Makler halt eben auch besonders transparent ist im Hinblick darauf, wann er mit wem welche Besichtigungstermine durchgeführt hat, wie die Person heißt und wie die Kontaktdaten sind. Weil sollten die sich vorher schon mal kontakten, bevor der Kontakt weitergegeben worden ist, dann ist die Maklerleistung eigentlich nicht erbracht formal. Das ist zwar dann ein Fall der Umgebung, aber es ist trotzdem schlecht. Okay. Komme ich noch zu einem Thema, was auch immer wieder aufkommt und auch durchaus spannend ist. Jetzt hat ein Verkäufer über längere Zeit schon versucht, seine Immobilie zu verkaufen. Alleine erstmal, privat. Normal. Dann über einen anderen Makler. Das sind so die, nennen sie mal Maklerhopper. Also die hoppen von einem Makler zum nächsten. Und natürlich ist dann jeder Makler natürlich erstmal scheiße und schlecht. Und dann geht er wieder zum nächsten, ja. Und weil letztendlich das Endergebnis natürlich immer dasselbe ist. Der Verkäufer hat eine Idee, was er bekommen will und haben muss. Und die Makler versprechen ihm dann immer schön, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und dann klappt es dann doch nicht. Und bis der Verkäufer tatsächlich versteht, dass er vielleicht falsche Vorstellungen hat, sind aber ja so einige Makler durch. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, dass der erste oder zweite Makler, sagen wir mal der erste, der meldet sich jetzt und sagt, ja, Moment mal, ich habe gesehen und so weiter. Sie haben jetzt da einen anderen Makler. Ich habe aber jetzt ja hier jede Menge Kaufinteressenten. Und wenn sie an einen dieser Kaufinteressenten verkaufen, dann will ich meine Provision haben. Das kann durchaus passieren, wenn dieser Kaufinteressent vorher von dem Makler nachgewiesen worden ist. Und nach einem Ablauf von ungefähr sechs Monaten nach dieser letzten Nachweishandlung dieses Maklers gegen… Sechs Monate. In der Regel. Dann ein Kaufvertrag zustande kommt, dann hat er einen Anspruch gegenüber seinem Vertragspartner auf Zahlung der Maklerprovision. Volle Provision? Ja. Volle. Ja. Okay. Also das wäre Fall eins, ja? Wie ist denn jetzt, gibt es da irgendwelche Lücken oder gibt es da irgendwelche Problemfälle, wie auch die ähnlich wie die Verweisungen, die AGB-lastig sind und so weiter? Oder ist das tatsächlich im BGB schon geregelt? Das ist in der Rechtsprechung geregelt. Wie gesagt, das Maklerrecht besteht eigentlich aus einem Paragrafen plus jetzt noch so ein paar Folgeparagrafen für unwahrscheinliche Fälle. Also jetzt mit dieser Regelung ab 23.12.2020. Also heißt also im Prinzip eigentlich, ich muss als Makler, wenn ich ein Objekt übernehme, wo vorher ein anderer Makler im Spiel war, dann muss ich aufpassen, muss ich vorsichtig sein. Ja, dann würde ich mir vielleicht vom Verkäufer eine Liste geben lassen, der Personen, die vom Makler benannt worden sind, um das beispielsweise schon mal auszuschließen. Mehr kann man an der Stelle wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht tun. Oder direkt sich mit dem Makler, der vorher im Spiel war, auch in Verbindung zu setzen und sagen, lass uns hier gemeinsam. Also gemeinsam ein Jahr warten, bis irgendwelche Ausschlussfristen vorbei sind oder aber zu einem Preis verkaufen, der plus 10% drüber oder drunter ist vom Exposierpreis des Vormaklers, weil dann entfällt auch die Kausalität. Ist so, ja. Also das heißt, wenn zu einem anderen Preis verkauft wird, als der vorherige Makler das beworben hat, wie 10%? Ja. Okay, also das heißt, weil wir hatten jetzt gerade so einen Fall. Pauschale Richtwerte, ne? Genau, wir hatten jetzt gerade so einen Fall, wo einer unserer Teilnehmer, unserer Kunden. Also die nachgewiesene Person kauft zu einem anderen Kaufpreis als damals mit dem Vormakler besprochen. Ja, plus, minus 10% und dann fehlt die Konkurrenz der Nachweishandlung. Ja, das eigene Handeln des Maklers war nicht mehr kausal für diesen Vertragsabschluss. Das wird nur bis zu einem gewissen Umfang vermutet. Dann ist man da auch raus. Kann man das dann schon vorgerichtlich so schon klären oder wird der andere Makler dann trotzdem sagen, ja Moment mal, aber der sieht das wahrscheinlich nicht ein, ne? Also der erste Makler. Es gibt sehr, sehr viele Ansichten, die sind rechtlich vertretbar und dennoch falsch. Natürlich geht der dann halt eben, weil er meint, es ist sein gutes Recht vor Gericht und vor Gericht kriegt man halt eben auch nicht recht, sondern urteilen, wie es dann ausgeht, ne? Genau. Also nur grundsätzlich ist das so vorgesehen, die ganze Geschichte, ne? Okay, verstehe. Ich meine, der Gegner kann ja sagen, das ist alles konstruiert. Und dann hat man beispielsweise irgendwelche Beweisprobleme oder sowas in der Art oder er kann beispielsweise sagen, das ist so ein exklusives Objekt und das ist so besonders. Deswegen gilt da jetzt keine statische Grenze von 10 Prozent, sondern bei diesem besonderen Objekt muss eine Grenze von 25 Prozent gelten oder sowas. Oder wenn es besonders teuer ist, dann gilt zum Beispiel die Zeit der letzten Nachweishandlung durch den Vormakler bis zum Verstreichen der Kausalität ist dann länger. Also nicht sechs Monate wie beim durchschnittlichen Einfamilienhaus oder sowas in der Art oder Eigentumswohnung, sondern bei einer Villa von 20 Millionen Euro, wirst du wahrscheinlich drei Jahre warten müssen, bis du quasi die Konkurrenz entfallen lassen kannst, ne? Verstehe, verstehe. Also wir fassen mal zusammen. Also der erste Punkt ist, das heißt innerhalb des, der Maklervertrag an sich ist ja im Prinzip ganz… Relativ eindimensional. Genau, simpel. Ja. Die meisten Sachen sind eh im BGB geregelt, oder? Ja. Also total… Ja. Also selbst die Fälligkeit der Maklerprovision natürlich ist nach Abschluss des Erfolges, nach Abschluss des Kaufvertrages quasi Fälligkeit sofort. Ja, genau. Und nicht irgendwie Eingang des Geldes oder Abschluss des Urlaubs oder weiß der Kuckuck was, sondern eigentlich sofort. Genau. So, aber hier drohen ja wieder kleine Problemchen, weil wenn jetzt der Verkäufer keine Kohle hat, dann wäre es halt natürlich schlau, wenn man es entweder schon vorher geklärt hat und weiß, der hat das Geld nicht und man muss eben warten zum Beispiel, bis der Kaufpreis geflossen ist, aber es wäre halt schlau, wenn man… Genau, von Seiten des Verkäufers, von Seiten des Maklers ist es natürlich grundsätzlich attraktiv, den Anspruch ab sofort zu haben, ne? Vielleicht kann man sich auch gar nicht mehr leiden oder sowas in der Art, ne? Aber es geht ja nicht um Bestrafen, aber grundsätzlich ist es für den Makler natürlich besser, einen Anspruch für, einen lupenreinen Anspruch für sofort zu haben. Absolut, ja. Es muss aber dann auch so sein, dass der Verkäufer es tatsächlich bezahlen kann, ja, oder zumindest mal, dass man darüber gesprochen hat und es regelt, ne? Naja, er wird es ja im Zweifel, wenn er nicht belastet ist, bis unter das Dach führst, dass er dann halt eben das aus dem Kaufpreis bezahlen kann. Da kann man ja dann auch entsprechend gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen. Aber das muss alles nicht sein, am besten ist und dann entfällt auch meine Existenzberechtigung, dass man sich einig ist. Das ist auf jeden Fall das Sinnvollste. Das Nächste ist halt, also im Prinzip, na klar, hohe der Provision, dass das vereinbart ist und so weiter. Aber im Endeffekt sind die anderen Dinge wie Verweisungsklausel definitiv einfach handschriftlich gesondert zu vereinbaren, damit man da sauber und safe ist. Alles andere macht keinen Sinn. Nein. Und alles andere führt zu Ärger. In der Geschichte des Maklerrechts ist es noch keinem gelungen, so etwas mit allgemeinen Geschäftsbedingungen wirksam eigentlich… Egal was. Ob Aufwandsentschädigung oder eben… Viele hochbezahlte Anwälte haben sich da in Einigungen versucht und es hat, glaube ich, trotzdem nicht geklappt. Genau. Also wir sind uns einig, das ist auf jeden Fall immer wieder ein spannendes Thema. Ja, es ist eine never ending story. Das finde ich auch das Faszinierende, was sich alles um diesen einen Paragrafen rankt. Also wir haben ja andere komplexe Regelungswerke, ob es das Werksvertragsrecht ist oder das Versicherungsvertragsrecht oder sowas. Oder Handels- und Gesellschaftsrecht, da sind hunderte von Paragrafen. Maklerrecht ist nur eine eigentlich im Wesentlichen. Eine gut Verwirkung und jetzt hier, wer zahlt wann Provision seit Neuestem, aber schon viel. Okay, man muss aber im Grundsatz als Makler darauf einstellen, in dem Moment, wenn etwas nicht gut läuft, wenn es irgendein Problem gibt. Meistens ist es ja, was weiß ich, wird vielleicht nicht zu dem Kaufpreis verkauft oder irgendwas, egal was, irgendein Problem halt. Dass dann auf jeden Fall das Thema Abwertung droht, also das heißt, der Verkäufer versucht, den Makler natürlich schlecht da stehen zu lassen. Und in der Quintessenz heißt es, hey, mach einfach einen wirklich coolen, guten Job. Achte auf die rechtlichen Dinge. Ja, man muss, glaube ich, einfach so sagen, also wie im Strafrecht, alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Also man muss es wirklich auch in seinen E-Mails, im Duktus da irgendwie ein bisschen souverän bleiben. Weil alles wird versucht werden, um einen als eine pflichtwidrige Tätigkeit irgendwie nachzuweisen, treuwidrig, die es erfordert, die Provision zu verwirken. Man muss sich das mal vorstellen, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, dass man seinen Geldanspruch verwirkt hat. Also das gibt es im Baurecht oder sonst nicht, da muss man mangelhaft gearbeitet haben oder sowas. Das gibt es nur bei Maklern, ne? So gibt es das nur bei Maklern. Also ich finde, das ist das schärfste Schwert eigentlich, was das BGB so kennt. Aber dann auch nicht irgendwie so stufenweise, so abgefedert, so leichte Beleidigung macht zehn Prozent oder sowas. Sondern einfach so, dann tut die komplett die, ne? Ja, okay, aber das ist natürlich aber klar, da muss der Makler halt auch eben sich darüber bewusst sein, einfach wirklich einen guten Job zu machen, keine falschen Versprechungen abzugeben, sauber dokumentieren. Und angreifbar zu sein. Ja, genau. Wie so eine Teflonpfanne. Eigentlich, was man immer so nachsagt, dass er so glatt ist, ne? Das ist ja auch teilweise so eine üble Nachrede, aber eigentlich ist es doch sein Schutz. Ja, verstehe. Liebe Claudia, vielen Dank. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr coole Tipps und finde ich sehr, sehr deep schon hier an der Stelle. Wenn euch das da draußen gefallen hat, dann zuallererst mal ganz wichtig, die Daten von der Claudia setzen wir hier in die Infobox rein, dass ihr euch natürlich auch mit ihr in Verbindung setzen könnt, wenn ihr Rat und Tat als Immobilienmakler braucht. Kann ich natürlich wärmstens weiterempfehlen, dann unseren YouTube-Kanal auf jeden Fall zu abonnieren. Folgt uns auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook, LinkedIn. Und ja, wenn ihr vor allen Dingen all diese Probleme im Vorfeld schon sauber und smart lösen wollt und sozusagen die Claudia mehr als Ratgeber haben wollt, dann seid ihr natürlich auch bei uns in unserem Coaching sehr gut aufgehoben und dazu könnt ihr auch hier in der Infobox auf den Link klicken und eine kostenfreie Coaching-Session vereinbaren. Und wir sehen uns und ich freue mich von dir zu hören. In diesem Sinne alles Gute und bis demnächst. Also das Video, das Seminar fand ich total klasse. Ich habe auch einige tolle Ansätze mitgenommen und ich bin froh, wenn morgen Montag ist und ich dann mal starten kann mit den Ansätzen. Danke, jederzeit wieder.